Hallo und willkommen zu dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute aus Österreich vom Barbecue Summit von MacBrickett. Und Leute, schaut euch das an. Es ist unfassbar. Wir haben die Sonne scheint, blauer Himmel, eine Hammer-Location. An dieser Stelle schon mal vorab vielen, vielen lieben Dank an Kasper. Das hast du großartig gemacht. Also das ist wirklich, das sucht seinesgleichen. Ist schwer zu toppen und boah, haben wir hier einen Spaß. Also, zu diesem Barbecue Summit gibt es ein kleines Blogger-Contest sozusagen. Es gibt zwei Teams, jeweils vier Mann. Und es gilt fünf Dinge zubereiten. Also Frühstück, ein Sandwich, Ribs, dann haben wir ein Stück Rind, was zubereitet werden muss und Dessert. Das sind die Sachen, die wir heute über den Tag hier vergrillen werden. Wir sind schon fleißig dran. Und boah, Leute, es ist so geil. Viel Spaß bei dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. So, jetzt stehen wir also hier in der Küche und neben mir Christoph Grabowski. Und er hat gerade eben für uns ein kleines Zerlege-Seminar gegeben. Und ich habe für unser Blogger-Battle oder für diese Team-Battles, die morgen stattfinden, habe ich ein Stück Fleisch reserviert. Ich möchte ein Pulled Beef hier machen. Und das ist das Stück hier. Wo haben wir es genau her? Ja, das Stück kommt jetzt aus der Schulter. Wir haben natürlich jetzt gerade in dem Zerlege-Seminar klar und deutlich gezeigt, mit was für Stücke wir aus der Schulter zerlegen können. Wir haben die Buchstücke genommen. Wir haben den Las Vegas Cut genommen. Das ist der Schulterdeckel. Wir haben das falsche Filet zerschnitten. Halt es mal gerade hoch, damit man sehen kann. Und dann bleibt natürlich oben an dem Stück ein schönes Stück fertig. Und so habe ich das dann auch so beschnitten, dass du morgen in vernünftiger Qualität, wie du es auch immer gerne machst, ein cool Briefing, Chris. Das heißt also, das Stück würde man normalerweise im Gehacken schneiden. Das ist also ein Produkt, was wir gar nicht in dem Laden finden würden. Ja, also wir werden das tatsächlich so aufrollen und vorher werde ich es gleich aber noch würzen. Und das ist halt erstmal im ersten Blick, wenn man sich so anschaut, ein ziemlich zerflattertes Stück. Ich kann das auch mal so als zerflattert hochhalten. Das muss ja nicht so bleiben. Wie gesagt, wir können uns das ja so zusammenrollen, wie wir wollen. Es kommt auf den Smoker drauf und wird halt den ganzen Tag auf den Smoker drauf liegen. Das heißt, wir können es eigentlich auf den Kopf stellen. Wir werden es weich bekommen. Von daher kann man also auch solche Stücke einfach wunderbar verarbeiten. Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir hier diese Fettstrukturen und wir haben auch hier Fleißstrukturen, die sind richtig sehr, sehr zart, sehr, sehr zart sind. Wenn man das mal hier allein in diesem Bereich sieht. Wenn man es ein bisschen höher halten. Ja, ein bisschen höher haben wir hier ein bisschen im Magerbereich. Dann haben wir hier natürlich die leichte Fettstruktur, sodass es ein Pulled Beef ist. Ein Pulled Beef darf ja nicht mager sein. Es muss von der Struktur nicht sehnig sein. Und wir befinden hier so gut wie keine Sehne. Wir haben hier nur das Fett und das Magerfleisch. Ich bin überzeugt, dass der Jörn da morgen wieder ein sehr delikates Produkt heraussaubert. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, Christoph. Also das hier ist also das Stück Fleisch, welches ich nun ausgebreitet habe. Und würzen will ich das also heute Abend schon und habe dafür hier meinen Royal Flush Rub liegen. Und davon geben wir jetzt einfach auf die Innenseite. Ordentlich was drauf. Und reiben den auch so ein bisschen wirklich anders verstanden. Ich habe das jetzt nicht geölt oder dergleichen, sondern wir nehmen jetzt wirklich einfach das, was an dem Fleisch anhaften wird. Deswegen halt auch einfach mal kurz ein bisschen andrücken. Dann verbindet sich der Rubber eigentlich relativ schnell mit dem Fleisch. Und dann drehe ich es mal um. Und ihr könnt sehen, also das ist, letzten Endes ist das wirklich wie so ein, ja, fast ein Quadrat. Und da schauen wir dann, dass wir uns da dann ein entsprechendes Päckchen draus machen. Wichtig ist jetzt, das Fleisch kommt also jetzt über Nacht in den Kühlschrank rein, damit die Marinade noch so ein bisschen wirklich einziehen kann. Beziehungsweise damit wir da auch eine schöne Geschmacksschicht halt drauf bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Kohlen habe ich fertig durchgeglüht. Und die kommen jetzt hier in unseren Apollo Smoker rein. So und jetzt schaut euch mal die Kulisse an, hinter der ich heute grille. Und jetzt schaut euch mal die Kulisse an. Und jetzt schaut euch mal die Kulisse an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 falls jetzt gerade welche wunder normalerweise habe ich auch mal diese schwarzen handschuhe an ja die hatte ich auch im handgepäck die habe ich auch mitgebracht aber ja sonst keiner und deswegen waren die relativ schnell aufgebraucht muss also jetzt ohne gehen und dann einfach würfeln das reicht vollkommen aus die werden gleich im dutch oven so zusammenfallen sorgen einfach nur für den geschmack da habe ich einen richtig schönen tiefen dutch oven den habe ich einfach schon auf den grill gestellt damit er schon mal ein bisschen warm wird denn ich möchte jetzt erst mal diese diese flüssigkeit eben herstellen dafür nehme ich in guten halben liter apfelsaft knappe 200 gramm braunen zucker einen guten schluck apfelessig ich denke mal so knappe 100 milliliter dürften sein also ist ein sehr guter schluck und dann habe ich hier den scotch davon kommt auch eine gute ladung mit rein jetzt ruhig das ganze um dass der braune zucker sich auflösen kann und lasst es jetzt auf dem grill der jetzt noch so weiß ich nicht 150 160 grad hat einfach nur heiß werden damit ich diese grundflüssigkeit bekomme die ich dann brauchen werde wir sehen könnt jetzt ist inzwischen die flüssigkeit schön warm geworden die kann jetzt beiseite stellen da werden wir ja nur ein ganz klein wenig von brauchen und wir werden jetzt gleich noch den saft den wir ja oder wir haben ja apfelsaft in die alufolie von den impuls getan und den saft werden wir gleich noch mit da rein geben das wird eine geschmacksbombe so dieses stück hier werden wir jetzt vom grill runter nehmen kerntemperatur derzeit angezeigte 95 grad ich glaube noch nicht so wirklich dran wichtig ist dass wir der saft der jetzt noch hier drin ist denen dass wir uns den raus ziehen und dass wir den gleich eben noch mit an die bohnen geben so habe ich jetzt mein dutch oven jetzt die paprika und die zwiebeln schon mal rein die werden gar nicht angebraten sondern da kommen direkt auch die bohnen mit drauf und bohnen sind es nicht zu knapp ihr sehen könnt eine ganze menge ich habe die zwar abtropfen lassen aber ein bisschen was von diesem flüssigkeit ist dann trotzdem immer noch dran dann kommt jetzt da guter schwung senf oben drauf wenn bohnen lieben senf hier ist die flüssigkeit mit dem scotch davon gebe ich jetzt noch eine halbe tasse ungefähr an die bohnen mit dran ich habe jetzt noch eine optionale zutat wir haben heute im verlauf des tages ja fünf gänge werden wir grillen und davon haben wir hier noch so portwein zwiebeln die also inzwischen einer fünffachen portwein reduktion gegart worden sind normalerweise nehmt ihr dann bitte einfach noch ein bisschen braunen zucker mit dran den spare ich mir jetzt denn hier ist mehr als genug zucker dran und außerdem kommt jetzt noch barbie soße mit an die bohnen jetzt rühren wir das ganze schon mal so ein bisschen durch das auch der senf sich so ein bisschen verteilen kann hier habe ich mein päckchen mit dem rindfleisch und da hat sich jetzt unten drin dieser fantastische saft abgesetzt und der kommt jetzt mit zu den boden dazu und das werden wir jetzt mal gucken ob das kleinschneiden polen was auch immer leckere sache ich habe mir gerade vom anderen team den dutch oven deckel geklaut da sind noch ein paar kohlen drauf und der ist heiß setze ich da jetzt einfach mal kurz drauf und dann schauen wir uns das fleisch jetzt mal an hier ist also unser rindfleisch wenn man extrem dicke alufolie drum das mal gerade daraus zufrieden und wie ihr schon sehen könnt ist damit pult beef nicht wirklich viel wenn es also einfach schauen dass wir das hier in stücke schneiden und dann einfach noch zwei stunden im dutch oven dann weiter garen dieses stück was wir da hatten aus der aus der rinderschulter ist einfach zeigt dass man hier so rein schönen rauchring hat es gekriegt über die zeit ja aber es ist leider nicht so dass man es wirklich pullen könnte aber gut not macht erfinderisch so das ist dann was ich jetzt aus diesen stücken geschnitten habe werde das jetzt zu den boden dazu geben die feuchtigkeit der boden wird das ganze noch ein bisschen weicher machen mal schauen wie es dann am ende wird ich bin selber gespannt das fleisch geschnitten jetzt packt man das zu den boden dazu so wie ihr sehen könnt die bohnen haben wir auch schon ein bisschen fahrt aufgenommen das ist ja vollkommen richtig so und die riechen jetzt eigentlich schon ganz schön lecker aber die brauchen halt jetzt eben noch so gute anderthalb stunden dass die zeit die wir noch haben und hier ist das fleisch und das gebe ich jetzt eben zu den bohnen mit dazu so und dann rühren wir das ganze jetzt ordentlich unter hier habe ich noch ein bisschen von der flüssigkeit mit dem apfelessig den apfelsaft und dem bourbon beziehungsweise tim scotch und jetzt packen wir den deckel wieder drauf genau meine reizende assistentin johannes und dann kommen jetzt oben drauf ein paar durchgeblühte briketts und dann lassen wir das ganze jetzt kurz auf die uhr schauen wir haben jetzt noch genau 87 minuten und dann lassen wir das ganze jetzt also noch 80 minuten im dutch oven schön vor sich hin köcheln der geruch ist schon mal gut wenn es nur halb so gut schmeckt sieht es nicht ganz so schlecht aus für uns so nach inzwischen guten anderthalb stunden habe ich den deckel zumindest schon mal von den kohlen befreit ich nehme jetzt mal runter und schnappe mir einfach mal direkt so ein stück von dem fleisch hier und kann ich sagen man muss einfach auch in aussichtslosen situationen einfach mal glück haben es ist zart vorgesagt es war nicht aussichtslos er hat immer daran geglaubt und er hat recht behalten leute das fleisch ist zart und der geschmack von den bohnen der soße ist trotzdem dass es jetzt scotch ist und kein bürben ist der hammer also das werden wir jetzt gleich anrichten und dazu ich denke mal gerade rüber vorgemacht da gerade eben der künstler macht hier gefüllte kartoffeln da ist auch noch mal was von dem fleisch drin camembert käse was war noch drin und noch ein bisschen gewürz also das ist das womit es dann zusammen serviert werden wird und ja das servieren seht ihr gleich auch beziehungsweise das anrichten und ja ich bin jetzt im nachhinein doch ziemlich zufrieden was was im fleisch gemacht haben denn dieses fleisch war nur 14 tage abgehangen das ist für fleisch viel zu wenig ja also das war nicht vorprogrammiert dass es schief geht aber es war auf jeden fall ein versuch wert und der dann wenn man so macht auf jeden fall funktioniert ansonsten achtet darauf dass das fleisch auch nicht abgehangen ist so jetzt richten wir an und so gehen die teller jetzt an die jury raus in der mitte also die kartoffel gefüllt mit dem fleisch und dem camembert käse obendrauf ein oregano blatt und drumherum eben dann die bohnen mit dem im dutch oven fertig gezogenen fleisch vorher eben zehn stunden auf dem smoker gewesen dazu einfach noch ein bisschen angeröstetes brot mit olivenöl das ist es und ich bin gespannt ob die jury auch so begeistert ist wie wir weil der geruch von den bohnen ist der absolute knaller so da ist es also die erst gesmokte und dann im dutch oven fertig gegarte rinderschulter mit baked beans und zwar scotch baked beans diesmal der hammer ich weiß dass es kein gericht für mal eben zwischendurch das thema hatten wir gerade eben auch schon aber es ist lecker ja ich brauche nicht zu probieren ich habe gerade schon probiert ich weiß es ist der knaller und ich bin da ziemlich sicher dass die jury das gleich auch so sieht ja wie ihr seht der tag neigt sich so langsam dem ende das dessert werden wir jetzt noch machen müssen aber da werden wir einfach ein snickers auspacken und ein paar obst ein bisschen oben packen es war ein fantastisches wochen an dieser stelle kasper noch einmal ich habe schon tausendmal gesagt aber ich sag's gern noch mal vielen vielen dank dass du das auf dem boden gestampft hast es war ein fest wir haben glück gaben im wetter gut das kann man schlecht vorher wissen aber das war überragend und eine tolle truppe tolle gerichte ein perfekter tag also vielen dank dafür ich hoffe ihr hattet spaß beim zuschauen und wenn ihr mal viel zeit durch habt und euer metzger eine rinderschulter nicht richtig abgehangen hat dann wäre das hier ein gericht was man daraus machen kann ich sage bis zum nächsten mal viel spaß beim nachmachen schenken wir uns heute also vielen dank fürs zuschauen macht's gut euer jörn von barbecue aus rhein-hessen bis dann